Ein, zwei Stunden auf jeden Fall. Also über eine Stunde auf jeden Fall. Also wenn ihr näher in den Rand baut, dann glaube ich, würden die Dinger auch nicht bis ganz nach unten gehen, oder? Egal. Ja, das ist nicht so einfach. Uns ist so auf der Hälfte der Strecke aufgefallen, dass direkt auf der anderen Seite ein Höhleneingang ist. Tja. Warte. Wie man das markiert, ist. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, dann brauchen wir doch noch eine Plattform. Ihr müsst ja nicht zwingend hierher bauen. Ja, wir müssen ja irgendwie da hoch. Also ich würde heute schon noch gerne unten in die Höhle rein. Das ist halt Joel. Alter, es ist Samstag. Warte. Ja, gleich bis ganz hoch dann hier. Bist du, dann können wir da, das Stück können wir dann auch laufen. Die Jummen, ich bin übrig. Warte, das geht jetzt schlecht. Ne, das geht jetzt nicht. Baue ich halt euch eine Treppe raus, sonst geht. Ja, eine Treppe. Warte, machen wir es mal so. Scheiße. Warte, Hakelbau, du mal. Witzig. Ja, ihr müsst ja das erst fertig bauen, sonst kennt ihr ja gar nicht. Ja, du sollst schnell einen Baum. Oh, das ist ja auch noch. Ja, das Geräusch habt ihr doch schon vermisst, oder nicht? Welches? Ne, die Kettensäge. Ah, hört sich nicht gut an. Ich kann hier gar nicht bauen, geh, von der Richtung. Ah, doch. Nein. Ich bin ja nicht mal ganz runtergefallen. Warte. Nein, kann ich nicht. Warte, wir gehen woanders rüber. Hier. Warte. Ja, die, die, die ginge da rüber nicht. Und Hakel, wie machen wir das jetzt noch? Geht du am besten noch mal raus und komm noch mal neu rein. Das mach ich grad. Okay. So eine Scheiße, die Echte. Das hab ich dann nur gerettet. Das sieht aber genauso unintelligent aus hier. Warte, okay. Kannst du das anders fertig bauen? Jetzt sind ja auch noch vier Kannibalen. Warte. Hier. Geht das? Festland. Das geht natürlich nicht. Ehe, du stirbst mir jetzt. Warte. Soll ich euch? Soll ich euch helfen? Warte, ich kann hier so ein verkrüppelter Ding bauen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Wie weit kann ich hier gehen? Warte, warte. Ich baue jetzt hier eine Foundation hin. Warte, hier. Bau die mal. No. Ja. Das ist gar nichts, äh. Es hilft aber. Warte, von hier aus. Da kann man nicht durchfallen. Keine Angst. Nee, von hier aus. Probier die mal von hier aus zu bauen. Ich hab schon versucht. Das geht nicht. Hier. Oh, ja. Ja. Und Scheiß. Und Scheiß. Ja, ja. Ich mach's schon. Ich mach doch alles. Ah. 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 Er hat die Natur genießen. Lieber nicht. Lieber nicht. Nicht, dass ich die Ding kaputt mache. Ich glaube auch, dass wir von da hinten irgendwie eine Sipline zu unserer Base bauen können, bestimmt. Mo, wir speichern jetzt erstmal, oder? Ja, das ist auch nichts komisch. Aber es hört wieder auf. Ja, die Sonne da, oder der Mond, das leuchtet dann so ganz komisch heiß. Alter, Falter. Nee, die Fallen mal wieder spannend hier. Okay, warte, ich speichere auch noch schnell. Du hast grad gespeichert. Nice. Wollen wir mal schnell schlafen? Jo. Oder erst die fette, das fette Ding am See bauen. ложieren. OMANAischung, was we we Arkansasим scammer? Also dazu wie ein paar Jahre nach dem Film mir geliefert... Ja. Und jetzt vielleicht sie. Was ist die читerkrung.